Der Prüfungstag der wirtschaftsbezogenen Qualifikationen rückt immer näher. Die letzten zwei Wochen sind es jetzt, vielleicht sehen Sie das Video aber auch später und sind noch kürzer davon. Und ich möchte in diesem Video einmal auf die allerschlimmsten Fehler eingehen, die man in den letzten Wochen machen kann und daraus dann ableiten, was Sie machen sollten, damit es richtig gut läuft in der Prüfung. Mein Name ist Jasper Quast von zumfachwirt.de und bei uns erfahren Sie alles, was Sie zu Fachwirtthemen wissen müssen. Ich fange an, zähle einmal schnell die Fehler durch und gehe dann mit Ihnen zusammen die Tipps durch, wie Sie es besser machen können. Erster großer Fehler, Sie nehmen sich keinen Urlaub vor der Prüfung. Das ist super, super optimal, weil man in den letzten Tagen vor der Prüfung am aufgeregnesten ist, bereit ist, am meisten zu lernen, am meisten Gas zu geben. Deswegen sollte man da vor allem auch von der Arbeit den Kopf frei haben und sich auch anderweitig von der Familie und so weiter befreien lassen, wenn es geht. Zweiter großer Fehler, Sie legen den Fokus nicht auf die wichtigsten Themen erstmal. Gerade wenn Sie, ich sag mal, nicht so super gut vorbereitet sind bisher, sollten Sie den Fokus auf die wichtigsten Themen legen. Also das, was am häufigsten drankommt, was am meisten Punkte gibt. Dritter Fehler, Sie lernen eher passiv. Also lesen sich Ihre Mitschriften durch oder irgendwelche Skripte, anstatt aktiv zu werden. Dazu gleich mehr. Vierter Fehler, passiert leider auch sehr häufig, weil es viele schlechte Übungsaufgaben, viele schlechte Kurse und so weiter gibt, nämlich falsches, schlechtes Lernmaterial. Bezieht sich vor allem auf Übungsaufgaben, weil wenn Sie Übungsaufgaben machen, die nicht spezifisch für die wirtschaftsbezogenen Qualifikationen erstellt worden sind, dann üben Sie vielleicht ganz toll verschiedene Themen, aber eben nicht die, wie Sie in der Prüfung drankommen. Und der fünfte Fehler, Sie lernen Neues, anstatt das vorhandene Wissen zu festigen. Das sind die fünf wichtigsten Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte. Ich hoffe, Sie erkennen sich hier nirgendwo wieder, aber selbst wenn Sie das schon alles ganz gut gemacht haben, gibt es sicherlich ein, zwei Punkte, die man noch besser machen kann. Deswegen folgende Tipps, nennen wir sie mal Prüfungstipps, damit Sie am Ende, ob Männlein, ob Weiblein, egal, dieses Zeugnis in der Hand halten. Also, erster Tipp, das Freinehmen. Ich hatte ja gesagt, man soll sich freinehmen, eine Woche freinehmen davor, logisch. Zweiter Tipp, Fokus auf die wichtigsten Themen. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Da haben wir eine Kleinigkeit, finden Sie unten in der Videobeschreibung, vielleicht ploppt es auch gleich hier oben auf. Wir haben nämlich da eine Übersicht gemacht, die Sie sich gerne bei uns runterladen können, wo wir wirklich zeigen, welche Themen in welchem Jahr, in welcher Prüfung mit wie vielen Punkten drangekommen sind. Und was Sie dann sehen ist, es gibt bestimmte Themen, die haben wir auch mit dem Ausrufezeichen festgehalten, die sollten Sie unbedingt beherrschen. Und es gibt eben andere Themen, die kommen eher selten dran. Wir haben es, wie gesagt, unten verlinkt. Besorgen Sie sich die unbedingt, wenn Sie jetzt noch einen Fokus brauchen, was Sie am besten beherrschen müssen. Dritter Punkt, aktives Lernen, hatte ich ja schon angesprochen. Sie sollten so aktiv wie möglich lernen, weil nur so das Wissen hängen bleibt. Bedeutet, wenn Sie jemanden in der Familie haben, einen Kollegen haben, einen Bekannten haben oder jemanden, der auch den Wirtschaftstag wird oder einen anderen Fachwirt macht, nutzen Sie die Möglichkeit, dass man sich gegenseitig abfragt. Vielleicht haben Sie sogar Karteikarten gemacht. Das wäre absolut perfekt, aber auch sonst. Das, was Sie haben an Stoff, das, was Sie lernen wollen, machen Sie das mit jemandem zusammen, lassen Sie sich abfragen oder fragen Sie sich gegenseitig ab. Ansonsten der zweite Punkt, da kommen wir jetzt auch im nächsten Schritt zu, üben. Also aktiv lernen heißt nicht nur aktiv mit jemandem zusammen, sondern heißt eben auch Übungsaufgaben lösen. Und man braucht eben nicht nur Übungsaufgaben, sondern im besten Fall gute Übungsaufgaben. Ich verlinke Ihnen auch hier mal unser kostenloses Webinar, wo ein paar Übungsaufgaben gemacht werden. Ansonsten haben wir ein Prüfungstraining, wo es nur darum geht zu üben. Also es ist ein eigener Videokurs, verlinke ich auch. Oh, das wird ein Video voller Links unter dem Video, wo wir stundenlang einzelne Aufgaben, so wie sie auch in der IHK-Prüfung drankommen, durchgehend zusammen und die eben erklären. Eine Art kleiner Videokurs einfach. Dann fünftens alte Prüfung. Wenn Sie gute Übungsaufgaben gemacht haben, so wie bei uns zum Beispiel das Prüfungstraining, wo wir schon mal ranführen, wie löst man denn die Aufgaben, dann sollte man die letzten Tage nur noch dafür nutzen, selbstständig so viele alte Prüfungen wie möglich zu lösen, weil das müssen Sie üben. Wenn Sie sich die alten Prüfungen ansehen, dann sehen Sie relativ schnell, oh, die Fragen sind nicht unbedingt so gestellt, dass man sie super leicht versteht, sondern oft sind die doppeldeutig, sind die ein bisschen schwerer verständlich und auch das muss man am Ende üben. Deswegen mindestens die letzten fünf Jahre die alten Prüfungen sollten Sie lösen, selbstständig. Am besten ein bisschen unter Zeitdruck, aber vor allem ohne externe Hilfe immer erstmal. Und ja, im besten Fall natürlich die letzten zehn Jahre. Das könnte aber zeitlich ein bisschen knapp werden. Ansonsten gilt, Karteikarten statt Instagram-Form einschlafen. Was meine ich damit? Naja, oft ist es ja so, man liegt dann am Abend im Bett, ist vielleicht noch nicht so ganz müde und dann ist man noch am Handy. Und das können Sie ja sonst, 360 Tage im Jahr können Sie das ja so machen. Ich würde aber sagen, in den letzten Wochen vor der Prüfung sollten Sie die Zeit nicht zum Aktiven lernen, da haben wir es wieder nutzen, sondern tatsächlich einfach, um nochmal Revue passieren zu lassen. Gerade an Tagen, wo Sie viel wiederholt haben, wo Sie viel geübt haben, sich vielleicht die Mitschriften nochmal kurz angucken. Also, man liegt im Bett, schaut sich die Sachen nochmal kurz an, nicht neue Dinge, sondern einfach das, was Sie an dem Tag oder an den Tagen zuvor gemacht haben. Denn wenn Sie zu einem anderen Zeitpunkt einfach nochmal kurz überfliegen, passiert sehr viel im Gehirn. Da werden sehr viele Verknüpfungen aufgebaut und Sie können damit fünf bis zehn Minuten vorm Schlafen gehen, an jedem einzelnen Tag am besten, können Sie unglaublich viel rausholen. Probieren Sie es zumindest. Ansonsten würde ich immer empfehlen, könnten wir den sechsten Tipp ein bisschen abwandeln, dass man Lernspaziergänge macht. Dass man zum Beispiel sagt, vorm Schlafen gehen gehe ich nochmal raus oder man macht es manchmal morgens, so wie manche vor der Arbeit mit dem Hund rausgehen und nehme mir was mit, Karteikarten, Mitschriften, was auch immer und gucke zwischendurch aufs Blatt und denke dann einfach ein bisschen drüber nach. Manche machen es auch so, dass sie sich eigene Hörbücher aufnehmen. Also, dass man die Themen, die man super wichtig kennen muss, dass man sich die als Sprachmemo mit dem Handy aufzeichnet und dann zum Beispiel längere Spaziergänge macht, wo man sich das einfach anhört. Meistens hasst man seine eigene Stimme. Das heißt, wenn man sich sowas selbst aufgezeichnet hat, dann hört man sehr genau zu, weil man sich die ganze Zeit über seine Stimme ärgert und man macht zwischendurch vielleicht Fehler beim Erklären und das ist super, weil wenn man Fehler macht beim Erklären und das später hört, regt man sich drüber auf und das sind dann genau die Themen, die man nicht mehr vergisst. Das ist also ein bunter Strauß hier an Dingen, die Sie machen sollten. Wenn Sie noch freinehmen können und es noch nicht gemacht haben, machen Sie es unbedingt. Holen Sie sich unsere Übersicht, dass Sie sehen, was sind die wichtigsten Themen. Kommandieren Sie irgendjemanden in der Familie ab, dass Sie abgefragt werden. Besorgen Sie sich gute Übungsaufgaben, alte Prüfungen und nutzen Sie die Zeit vor dem Schlafen gehen. Das Letzte, was Sie sich anschauen, sollten die Lerninhalte sein. Danach haben Sie auch wieder frei und können alles Mögliche sich vor dem Schlafen gehen angucken. Alles klar, das war es mit dem Video. Ich hoffe, Sie sind halbwegs gut vorbereitet und wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, schreiben Sie es in die Kommentare. Unsere Daumen vom ganzen zum Fachwirt-Team sind jedenfalls ganz fest gedruckt für Sie und für die Prüfung.